Grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema vorbereitet. Ich glaube, dass viele wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, es ist den Sommer so richtig heiß. Zumindest in vielen Gebieten ist es warm und gleichzeitig, wenn man so ein richtiger Becher hat, auch sehr trocken. Und wir schauen uns heute an, was könnte ich in meinem eigenen Garten tun, damit ich besser über diese richtig, teilweise unangenehme Zeit komme, weil man muss gießen, die Pflanzen werden hin und so weiter. Und da gibt es ein paar super Maßnahmen, wie wir einerseits das Klima bei uns im Garten ganz positiv beeinflussen können. Es ist wirklich nicht schwer und gleichzeitig auch vielleicht in der Pflanzenauswahl ein bisschen was ändert, damit es nicht passiert, damit uns nichts hin wird und damit es so richtig gut gedeiht, auch im heißen Sommer. Bleibt dabei! Was man echt nicht unterschätzen darf und wir unterschätzen es nach wie vor, ist die unglaubliche Wirkung unserer Bäume aus. Ich nenne es jetzt bewusst Klimamaschine. Bäume machen Klima. Und genauso machen sie das auch im eigenen kleinen Garten. Gut, wir können jetzt global natürlich das Klima nicht unbedingt ändern, aber zumindest bei uns im Garten, aber auch darüber hinaus in der Siedlung oder in der Gemeinde, können wir wirklich für ein besseres Klima sorgen, weil Bäume so viel unglaublich positive Eigenschaften haben. Sie kühlen allein durch die Wirkung, die sie mit dem Schatten haben, aber gleichzeitig ist ein Baum insofern so interessant und wertvoll, weil er verdunstet. Du hast eine Verdunstungskälte. Und ich glaube, das Phänomen kennen viel, speziell wenn wir uns in irgendeiner heißen Stadt bewegen. Es ist so richtig, es hat 30, 35 Grad und du kommst in die Nähe von einem Baum und stößt dich drunter. Es ist wirklich um mehrere Grad kühler. Und das sollten wir uns wieder viel mehr in unseren Gärten auch bewusst werden, dass man nicht Angst hat vielleicht von der Größe von einem Baum oder dass er, wie es dann oft gesagt wird, ein Baum mistet. Das ist ja kein Mist, das ist ganz eine wertvolle Substanz, die der Baum in Form von den Blättern dann runterschmeißt. Und da sollte man vielleicht alle wieder schauen, so wie es bei uns auch. Zum Beispiel wir haben, ich schätze, 15 Birken ums Haus herum gesetzt und beschatten so einerseits unser Haus und machen auf der Terrasse wirklich ein angenehmes Klima. Und man hat dann seine Platze, wo man schön im Schatten sitzen kann und dann gehst du halt wieder raus, wenn du dich sohn willst. Und so wird es wieder erträglicher und viel angenehmer. Ja, so ein Baumschatten, das ist schon was Herrliches. Das schlackt nämlich wirklich jede Markisen und jeden Schirm. Braucht man nur ausprobieren. Und es gäbe eigentlich so viele Bäume, die ihr nehmen könnt. Wer eher der praktische Typ ist oder wer gerne ein bisschen Obst hat, setzt euch Obstbäume. Ganz ideal. Das wäre, man vergisst das vielleicht oft, Bäume sind für einen Artenschutz so wichtig. Und gerade mit Obstbäumen könnt ihr ganz, ganz viel verschiedene Lebewesen unterstützen. Nicht nur Bienen, sondern auch ganz verschiedenste Schmetterlingsarten brauchen unsere Obstbäume. Und natürlich auch dann die reifen Äpfel freuen sich auch wieder viel Lebewesen und Tiere. Und es gäbe aber eine große Anzahl von verschiedensten Bäumen. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Aber so ein Appell, den ich habe, setzt eher oder schaut, dass wirklich Bäume nehmt, die heimisch sind. Also nicht unbedingt irgendwelche fremdländischen Exoten. Auch wenn es vielleicht am Anfang irgendwo cool ist, wenn man so einen Baum hat. Sondern setzt bewusst eine Linde zum Beispiel. Oder eben einen Apfelbaum oder eine Elsbeere oder eine Mehlbeere. Das sind alles wirklich super, super heimische Bäume, die gleichzeitig auch sehr hitze- und trockenheitstolerant sind. Und wir besuchen jetzt einen von unseren Nachbarn, beziehungsweise eine Nachbarin. Die haben wirklich einen schönen Baum im Garten. Den schauen wir uns an. Da erzähle ich euch auch ein bisschen was. Und so geht's jetzt für Markus ins E-Auto in Richtung Linde. Denn wie heißt so schön? Unter Linden wirst du ein Blümlein finden. Naja, oder zumindest ein paar Lindenblüten. Ah, richtig herrlich. Unter so einer wunderbaren Linde. Die Linden, wieso? Ich weiß es nicht. Aber sie sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Es ist ein Traumhausbaum, finde ich. Sicher wird es mit den Jahrzehnten, muss man immer sagen, ein größerer Baum. Aber der, ich glaube, ich weiß den Baum jetzt 20 Jahre und der hat immer noch eine wirklich eine nette Größe. Und du gehst ein, es ist sofort um ein paar Grad kühler. Und es ist ein ganz ein wertvoller heimischer Baum. Erstens einmal für unsere Tierwelt. Sehr, sehr wertvoll. Das wissen, glaube ich, die Imker natürlich alle. Die Linde ist ein besonders wertvoller Trachtbaum. Sie wird von den Bienen sehr, sehr viel beflogen, weil diese Blüten so nektarreich sind. Aber die Hummeln, die lieben sie auch unglaublich. Was vielleicht weniger wissen, auch die Schmetterlinge mögen die Linde ganz gern. Sogar zum Teil entwickeln sie die Raupen auf der Linde. Und herausragend ist sie natürlich auch Gesundheitsbaum für uns. Und die Linde, das wissen vielleicht weniger, die kann man so vielfältig nutzen. Früher hat man mal eher so auch das Laub der Linde genutzt. Ich glaube, es gibt sogar so eine Bezeichnung für die Linde. Eine alte Bezeichnung ist Salatbaum. Also die frischen Blätter kannst du wie einen Salat essen. Ist ganz mild vom Geschmack. Man kann Rouladen damit machen. Alles Mögliche oder in irgendwelche Hackkräutermischungen einarbeiten. Sehr, sehr mild. Überhaupt, die ganze Linde ist in allen Teilen mild. Du kannst ja die Knospen essen. Und jetzt haben wir es natürlich, abgesehen auf die Lindenblüten, da gibt es dann diesen Lindenblütentee. Und wenn man genau schaut und sich diese Blüten da anschaut, da werden wir uns da gleich ein paar anholen, sind da so kleine Kügelchen oben. Wenn die noch nicht reif sind, wenn sie noch grün sind, könnt ihr es einlegen. Ist wie eine Kappa vom Geschmack. Und wenn sie reif sind, einfach einmal kosten, sind wirklich sehr angenehm. Ein guter Biss könnte man in den Salat reinmischen. Wäre mal ein bisschen was anderes. Und ansonsten macht man sich natürlich aus diesen Lindenblüten, den sehr, sehr bekannten, zu wohl bekannten Lindenblütentee. Super, wenn man Halsweh hat, kriegt alle Infekte. Aber ich verrate euch noch ein gutes Geheimrezept. Aber da muss ich schnell ein paar runterbrocken. Ein Erfrischungstipp, wenn es recht heiß ist, dann braucht es euch, es könnte noch ein bisschen mehr sein, vielleicht muss ich noch ein bisschen was brocken, dann braucht es euch eine gute Hand von diesen Lindenblüten. Und dann gebt es in einen Krug, etwa ein Liter Wasser, und lasst es stehen über Nacht. Und am nächsten Tag werdet ihr eine kleine Überraschung erleben. Das Wasser ist ein bisschen rötlich gefärbt. Dann seid ihr einfach diese Lindenblüten außer aus dem Wasser. Und dann habt ihr einen köstlichen Erfrischungstrank, der gleichzeitig auch sehr, sehr gesund ist und diese positiven Eigenschaften von der Linde eben in sich drinnen hat. Bevor Markus aber Nachbars Linde kahl zupft, geht's besser wieder zurück in seinen eigenen Garten, und zwar direkt in den Teich. Wer hier allerdings keinen Teich erkennen kann, Moment, hier kommt der Beweis. Ich schaffe es noch immer nicht, dass ich am Wasser gehe. Ich schaffe es nicht. Das ist zu viel verlangt. Ich stehe da gerade mitten in meinem Biotop. Da habe ich einen Riesenklick, weil das ist ein Biotop, das speist sich über eine ganz kleine Quelle. Aber jeder von euch hat ein Wasser, das er anzapfen kann, und das wir im Garten dann möglichst sammeln, nämlich das Regenwasser. Regenwasser hat glaube ich jeder von euch zur Verfügung. Auch wenn es einmal weniger regnet, oder vielleicht jemand, der gerade Haus baut, einfach das mit überlegen und mitdenken, dass wir das Wasser speichern können. Weil das Wasser ist so eine wichtige Ressource geworden. Wenn es wirklich ein, zwei Monate nicht regnet, dann kann ich wirklich mit einem guten Gewissen auf das Wasser zurückgreifen und da darf ich dann auch ohne weiteres giersten. Klar, man hat einen Gemüsegarten vielleicht oder man hat gerade irgendwelche Pflanzen reingesetzt, die müssen wir giersten. Und Wasser erhöht ja prinzipiell immer die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, das ist sowieso gut. Also wenn man so kleine Wasserstellen hat im Garten, ist es sehr gut. Und sammelt das Regenwasser, sei es in einer Zisterne, wenn es vielleicht eben beim Hausbau mitgeht, sammelt es aber auch in einer Regentonne oder in einer alten Badewanne. Ganz egal. Hauptsache es schaut, dass das Wasser in irgendeiner Form für euch einerseits verfügbar ist, zum Giersten, wenn man es braucht. Und gleichzeitig, das wäre vielleicht das noch Wichtigere, dass das Wasser nicht abgeleitet wird. Dass es nicht irgendwo über Regenrinde dann in den Kanal rinnt oder vielleicht, weil alles zugepflastert ist, wenn es regnet, dass das Wasser verschwindet, sondern dass das Wasser im Garten bleibt. Weil dann kann es einsickern, geht wieder ins Grundwasser zurück, es bleibt verfügbar für uns und vor allem die Luftfeuchtigkeit erhöhen wir. Und das ist ganz, ganz wichtig, einerseits für unser Wohlbefinden, aber eben auch für die ganzen Pflanzen im Garten und auch für viele, viele Lebewesen. Wasser ist ja so ein Magnet fürs Leben. Ja, das sieht Katze Lala genauso. Wir sollten also auch schauen, dass man die ganze Verdunstung, die stattfindet, im Garten minimieren. Eine super Möglichkeit ist zum Beispiel, sich einfach von unnötigen Rasenflächen trennen und diese Rasenflächen umwandeln in Wiesenflächen. Einfach einmal überlegen, wie viel Rasen muss ich wirklich haben? Das kalt man sich natürlich zum Spülen mit den Kindern oder wie auch immer. Und den Rest lasst einfach in eine Art Blumenwiese reinwachsen. Die mäht es halt auch zweimal im Jahr, weil man kann sich vorstellen, diese hohe Vegetation, die beschattet den Boden. Man kann da auch reinprobieren und unten fühlen. Da ist es viel länger feucht. Wenn man zum Beispiel wieder diese Taunässe hat, die hält sich dann da einfach wesentlich länger. Und gleichzeitig ist es natürlich auch in puncto Artenschutz ganz, ganz wertvoll, weil es wandern wieder unsere heimischen Pflanzen und ihm schleppt da natürlich die heimischen Tiere da mit ein. Und der Garten bleibt einfach länger feucht. Die Feuchtigkeit verweilt länger im Boden. Oder sitzt Sträucher. Da wird er natürlich schauen, eher heimische Sträucher. Da gibt es eine unglaubliche Menge an Sträuchern, das setzen könnt ihr. Das könnt ihr auch setzen, wo man vielleicht ein Obst ernten kann, wie ein Miespel zum Beispiel oder ein Dirndlstrauch. Aus Windschutz. Wind wäre auch ein Thema, weil Wind trocknet auch aus. Wenn man weiß, ich habe immer permanent einen Ost- oder einen Westwind, setzt ein paar Sträucher hin und der Garten kriegt ein besseres Mikroklima. Er wird geschützter, ich habe weniger Verdunstung. Gleichzeitig habe ich über so einen Strauch ein bisschen eine Schattierung und tue wieder ganz, ganz viel natürlich für unsere, angefangen von den Bienen natürlich, Hummeln, aber auch Schmetterlinge und andere Insekten. Sträucher sind richtig wertvoll. Und wenn man vielleicht Platz hat, überlegt, wo Sie hinsetzen können, dann habt ihr schon wieder einen super Beitrag. Was im Gemüsegarten ein Thema wäre, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man diese Sachen auseinander hält, weil im Gemüsegarten ist es ja oft so, du hast eine offene Erdfläche und du musst laufend gießen. Da könnt ihr auch einiges machen und das zeige ich euch jetzt auch. Es funktioniert nämlich ein bisschen anders wie bei Wiesen. Die soll man nämlich nicht mulchen, aber im Gemüsegarten wäre es super, wenn man mulcht. Das schauen wir uns kurz an. Ja, es gilt das Gebot der Stunde, möglichst viel Feuchtigkeit im Boden drinnen zu bewahren. Da habt ihr ein paar ganz nette Möglichkeiten. Einerseits kennt ihr mulchen. Das Schöne ist, finde ich, jeder, der einen Garten von einer gewissen Größe hat, hat dieses Material automatisch immer zur Verfügung. Man kann von einer Wiese, die man gerade mäht, dieses Schnittgut nehmen. Vielleicht habt ihr Gräser im Garten stehen, häckselt ihr die, habt ihr einen super mulch im Gemüsegarten. Also alles, was im Garten eigentlich anfällt, kann man dann da wieder verwenden. Und den Mulch, den gibt es einfach im Gemüsegarten zwischen die Pflanzen rauf. Das ist wirklich unglaublich, wie das die Feuchtigkeit speichert. Das ist wie so eine Art Versiegelung, eine Decke und das Wasser kann nicht verdunsten. Gleichzeitig, das ist bei mir leider bitter nötig, wir haben da nicht so einen guten Boden und mit diesem Mulch, den man dann aufbringt, gebe ich natürlich dem Regenwurm und vielen anderen Lebewesen eine super Nahrungsgrundlage. Der Regenwurm zieht das im Boden, macht man einen schweren, lähmigen Boden wieder leichter. Also man unterstützt da auch wieder das Bodenleben. Im Gemüsegarten ist ja auch so wichtig, speziell so wie bei mir, ich habe ziemlich lähmigen, schweren Boden. Du bringst mit dem Luft und Nährstoffe in den Boden, weil der Wurm gefreit sich. Der Wurm nimmt diese Nahrung und zieht sie nach unten und bereitet den Boden auf. Du brauchst gar nichts machen. Man braucht nicht umstechen und solche Sachen. Regelmäßig mulchen, nicht zu dicht. Das kann man immer wieder machen über das Jahr. Dann wird dein Boden sich mit den Jahren super verbessern. Das gibt noch eine einfache Methode, die ich euch jetzt zeige, damit es die Feuchtigkeit im Boden belastet. Eine ganz alte, aber eine super einfache Möglichkeit. Gemüsebauern kennen das sicher. Und zwar, die oberste Bodenschicht ist ja oft so ein Thema, weil vielleicht sehr viele Beikräuter drinnen sind, die dann immer keimen. Und da gibt es eine sogenannte Pendelhaue. Das ist eine Haue, man sieht das, die hat oben ein bisschen eine Bewegung, also ein Spiel. Und mit dieser Haue kann man das oberste Unkraut abschälen. Also da gehst du nur ein, zwei Zentimeter tief in die Erden rein. Man zirkt das so fein drüber und lässt das genauso, wie man es abgezogen hat, einfach wieder liegen. Durch das unterbrichst du die Kapillarität des Bodens und die von unten nach oben gesogene Feuchtigkeit kann über die oberste Bodenschicht nicht raus, weil ich das mit dieser Pendelhaue zerstöre. Gleichzeitig da wische ich die Beikräuter, die ich nicht haben will und die lasse ich auch wieder liegen. Das ist wieder ein super Mulch und der Regenwurm freut sich. Und es ist eine nette Arbeit. So gewinnt Pendeln wieder eine ganz neue Bedeutung. Perfekt ausgependelter Garten. Als Pendelprofi kann Markus sicher auch Cosi bei ihrem Deko-Tipp helfen, auch wenn er dafür sein Pendel gegen Brechstange, Hammer und Nägel und Nägel tauscht. Aus den Palettenbrettern baut Cosi heute ein Deko-Tableau. Ähm, Markus, du wärst dran. jetzt noch mit einem Tuch Kreidefarbe auf leere Flaschen streichen, Lala beschäftigen, Deko-Anhänger befestigen und die Flaschen auf dem Holztableau drapieren. Und jetzt noch das Tableau streichen, ein bisschen Wasser in die Flaschen füllen und noch heimische Blumen darin arrangieren. Et voilà, fertig ist die schöne Tischdeko. So, Markus, jetzt aber mal Klartext. Bei der Hitze, welche Pflanzen sollte man da setzen? Es gibt ja wirklich die wunderbarsten, vor allem heimischen Pflanzen wären wieder so ideal, die wir uns daheim setzen können, die einerseits sehr hitzetolerant sind oder sogar Hitze unbedingt brauchen, da wie einige da, die funktionieren gar nicht im Schatten und gleichzeitig aber auch wirklich sehr tolerant sind gegenüber einer längeren Trockenperiode. Und wenn wir den Garten dahingehend umstellen, dass man sagt, naja, D&D-Pflanzen funktioniert wirklich gar nicht, weil die brauchen einfach zu viel Wasser oder, das ist ja oft der Fall, sie sitzen einfach am falschen Platz, dann würde ich wirklich empfehlen, sucht euch Pflanzen aus, die diese Trockenheit und Dürre gut überstehen, weil da gibt es so viel und die meisten von denen sind wieder wirklich super, super für unsere Tierwelt. Ich habe euch da ein paar ausgesucht, da erzähle ich dann vielleicht ein bisschen was dazu, zu einen und zu anderen und das ist ja auch so ideal, wenn ihr es vielleicht nur einen kleinen Balkon habt oder überhaupt nur zwei, drei, vier Töpfe. Kann man solche Pflanzen super in Töpfe setzen. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Ist ganz einfach und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was, was diese Pflanzen für ihre Tricks haben, damit sie diese Trockenheit überhaupt aushalten. Eine unbekannte, wirklich leider eine unbekannte heimische Pflanze, weil es so selten ist, ist es Rosmarinweidenröschen oder Rosmarinblättriges Weidenröschen. Das ist deshalb so selten, weil es eben Trockenheit braucht. Also das braucht das richtiggehend zum Existieren und am liebsten wächst es in Steinbrüchen. Manchmal vielleicht hat er einen Steinbruch in der Nähe. Schaut es einmal und wenn der ganze Steinbruch so in diesem rosa-lila lodert, dann ist es meistens dieses Rosmarinweidenröschen und das setzen wir uns in den Topf, weil das hält die Trockenheit wirklich gut aus und vor allem die Hitze. Da würde ich euch vielleicht den Tipp geben, entweder kauft euch im Handel eine wirklich dafür gemachte Trogerde oder was auch sehr gut ist, sind diese Dachgartenerden. Die erignen sich sehr gut. Ich würde euch nur empfehlen, alles was Topf ist, nehmt sie immer eine intensive Erde, weil die Pflanze wachsen zwar in der Natur im Schotter, aber im Topf hat sie ja nur ganz ein kleines Volumen. Das heißt, sie kann ihre Wurzeln nicht dorthin schicken, wo sie es in der Natur macht und deshalb würde ich dann immer mit dem Nährstoff ein bisschen großzügig sein und auch vom Girsten nicht zu sehr vernachlässigen, weil in der Natur kann es sehr tief Wurzeln und das kann es ja im Topf nicht, da ist darauf angewiesen, dass von uns auch Wasser kriegt und ich mische das ganz gerne auch zum Beispiel mit dem Kompost. Ich nehme mir immer ein bisschen Kompost vom Komposthaufen, weil Kompost ist so ein idealer Wasserspeicher. Also das könnt ihr euch ruhig selber auch ein bisschen was mischen oder eben fertig kaufen. Wenn ihr nur einen Kompost nehmt, ist es vielleicht nicht ideal, gebt es einen Sound dazu oder einen Kies, damit ihr ein bisschen eine Struktur kriegt. Das ist mein Kompost, da ist sogar ein Regenwurm dabei. Das mische ich da einfach dazu. Man sieht auch im Kompost, die da hin und wieder mal einen Sound oder so was einschmeißen, wenn so was überbleibt. Der ist einfach luftig, der hat eine super Struktur und der behält die Feuchtigkeit und das ist eben so ideal für unsere Topfpflanzen. Was ganz ein einfacher, aber sehr effizienter Trick ist, damit ihr nicht so viel gießen müsst. Es funktioniert ähnlich wie im Gemüsegarten. Stellt euch einfach vor, das ist die Gemüsegartenerde und die mulchen wir wieder. Mulchen ist immer einfach nur eine Abdeckung. Die Pflanzen haben allerdings lieber, wenn es eher was kiesiges oder was sandiges ist, gebt es einfach eine Schicht drauf mit zwei, drei, vier Zentimeter Kies oder Sand, relativ einen feinen Kies und das speichert wieder die Feuchtigkeit unten. Das ist erstaunlich, was das für einen Unterschied macht. Das kann man wirklich beobachten. Stellt euch einen Topf, der das nicht oben hat, neben einem, wo es schon diese Abdeckung raufgegeben habt, und das werdet ihr sofort sehen, der mit der Abdeckung braucht wesentlich weniger Gießwasser. Und es schaut schön aus und man verschwemmt es beim Gießen nicht so. Schaut original aus wie in der Kiesgrube. Nein, das taugt ja wirklich. Da fühlen sie sich sehr wohl. Was auch noch ein Thema ist, muss man aber ein bisschen immer abwägen, ob es der jeweiligen Pflanze gut tut. Kennt ihr sicher alle, der gute alte Untersetzer. Manche Pflanzen mögen das sehr gern. Eher die, die eher einen feuchten, einen frischeren Boden gern haben. Aber unsere Hitze- und Trockenheitsliebenden haben oft ein Problem, wenn die Füßchen zu lange nass sind, weil die dann zum Faulen anfangen. Aber wenn ihr Pflanzen habt, die eher von der feuchteren Seite her im Boden sind, könnt ihr gerne einen Untersetzer runtergeben. Ist ja auch wieder eine Wassersparmaßnahme, weil die Pflanzen kannst du dann von unten aufsagen. Die haben es lieber, dass man öfter gießt und das Wasser marschiert durch, also dass sie nie in der Nässe drinnen sind. Was hochinteressant ist, wenn man sich kurz einmal so überlegt, wie schaffen diese Trockenheits- und Hitzetoleranten Pflanzen das überhaupt, dass sie mit solchen Extrembedingungen zurechtkommen. Die Pflanzen, die wir gerade gesetzt haben, dieses Rosmarinweidenröschen, deshalb habe ich auch ein Rosmarin da mitgenommen, ist nach dem Rosmarin benannt, hat nämlich genau solche Blätter. Und es gibt viele Pflanzen, wenn man eben da schaut, da schauen die Blätter aus wie Nadeln. Das heißt, die machen das Blatt ganz schmal, damit, der Schmäh ist immer der, damit das wenig verdunsten muss, das Blatt, damit möglichst wenig Wasser an die Oberfläche rausgeht. Und so kann die Pflanze, in dem Fall jetzt der Rosmarin oder eben unser Weidenröschen, kann irgendwo das Wasser effizienter in sich drinnen halten. Und dann gibt es ganz viele Pflanzen, die eben nur so schmale, nadelartige Blätter entwickelt haben mit der Zeit. Kommt übrigens natürlich auch aus dem Süden, der muss das aushalten. Dann habe ich da eine ganze Sammlung mitgenommen von Pflanzen. Das zum Beispiel ist ganz eine interessante Gartenpflanze, das ist der Wolzist. Sehr ähnlich sind die Königskerzen und auch sehr ähnlich der Muscatellas halbein. Und da gibt es noch eine Vielzahl von Pflanzen, die haben wie so eine Art weiße, silbrige Wolle übers Laub gezogen. Das ist ein Lichtreflektor. Das heißt, das Sonnenlicht wird reflektiert und die Pflanze schützt sich so wieder und muss weniger verdunsten. Sie sind eben wirklich sehr, sehr hitzetolerant. Beziehungsweise muss man fast so sagen, sie sind angewiesen auf Hitze. Die wachsen nur dort, wo es richtig heiß ist. Eine super Pflanze ist da neben mir. Es schaut gar nicht so aus, weil es so prächtig ist. Es ist eine heimische Pflanze von unseren Bergen eigentlich. Der Berglauch ist sozusagen verwandt mit den Schnittlauchgewächsen oder mit Zwiebelgewächsen. Das sieht man an der runden, kugeligen Blüte. Wäre theoretisch essbar, aber ist viel zu schade zum Essen, finde ich. Und der hat auch irgendwo, so wie der Rosmarin, nur halt ein bisschen in größer, ein schmales Laub. Und gleichzeitig haben unsere Zwiebelpflanzen eine Zwiebel. Und das ist ein Speicherorgan. Das heißt, da kann die Pflanzen in Notzeiten, wenn es wenig regnet oder wenn der Boden schon ganz trocken ist, dann holt sie diese Feuchtigkeit aus dieser Zwiebel raus. Super Sommerblüher übrigens. Und eben diese heimischen Pflanzen unterstützen unsere Tierwelt wieder so ideal. Da habe ich auch noch was ganz was Schönes. Das ist auch wieder vom Berg eher die Bergminze. Man sieht auch vom Laub her so ein bisschen sübrig glänzend, reflektiert das Sonnenlicht. Kein sehr großes Laub. Die halten es wirklich sehr, sehr trocken aus. Und was auch natürlich, ähnlich wie der Rosmarin, alles was aus dem Süden kommt, diese Gewürze wie das Bienenkraut oder der Üsab, die haben auch wieder dieses kleine Laub. Und die Pflanzen sind wirklich darauf angewiesen auf diese heißen, trockenen Sommer. Also da kann man sich wirklich austoben und tut unseren Insekten richtig was gut. Und natürlich gibt es auch noch welche, die ganz tierfülle Wurzeln machen. Bis zu einem Meter eineinhalb. Zum Beispiel der Edelgarmander kann der runterwurzeln und holt sich dann von unten die Feuchtigkeit. Also so viele Strategien, verschiedene gibt es. Also nur noch Pflanzen mit Strategiepflanzen. Einen super Tipp habe ich für euch. Speziell wenn ihr es vielleicht auch gerne in der Küche seid und was Gutes kocht. Es gibt eine wunderbare heimische Pflanze, die wie ein Gewürz aus dem Süden ist, aber bei uns wirklich heimisch ist. Das ist der wilde Toast. Man könnte auch sagen wilder Oregano. Das ist, kann man sagen, eigentlich unsere heimische Ausgabe vom Oregano oder sagt man Oregano. Ich kann mir es nie merken. Und der ist wirklich auch ein Hit in der Küche. Er ist vom Geschmack her ein bisschen milder und es ist eine unglaubliche Schmetterlings-Lockpflanze. Ich kann den hernehmen, wirklich sehr, sehr vielfältig. Zum Beispiel machen wir immer einen Verdünnungsaft. Also im Prinzip einfach die Blüten, zum Teil auch das Kraut, einfach über Nacht ziehen lassen und dann hat man einen super Sirup und ihr könnt es den aber in der Küche ganz vielfältig verwenden. Für Pizza und so weiter kann man sich austoben. Und was auch ganz witzig ist, er kriegt, wenn er eine Zeit lang steht, so, ja, das ist fast wie Holz. Da verholzen sie seine Triebe so. Wenn man zum Beispiel Rouladen oder irgendwas in die Richtung macht, wo man so etwas zusammenrollen muss, dann kann man das durchstecken und mitkochen. Man kann das auch überhaupt mit den Blättern zum Teil reinstecken und das aromatisiert dann die Speise. Also wirklich ganz eine vielfältige Pflanze, die, und deshalb haben wir es ausgesucht, die Trockenheit und Hitze auch so gut aushalten, die das richtig gehend schätzt, wenn es heiß ist. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für euch. Ich glaube, man sieht, es gibt wirklich viele Pflanzen, wo man sie im eigenen Garten austoben kann und die diese Hitze und Trockenheit sogar gern haben und wir können ja aktiv so mit so Tatariii Schlappe, ich wechsle. Genau. Ja, ich hoffe, wir haben das ein bisschen umbringen können, dass es wirklich viele Pflanzen gibt, die diese Hitze und Trockenheit sogar sehr gern haben und dass man dahingehend den Garten umgestalten kann, möglichst wieder mit unseren superheimischen Pflanzen, aber wir können aktiv auch wirklich was zumindest im Klima des eigenen Gartens aktiv und positiv ändern und auch schauen, dass wir das Wasser im eigenen Garten behalten. Dann geht es uns alle besser und wir fühlen uns wohl. Wenn Sie mehr von diesen Sachen haben wollen, schaut oben, da haben wir viele Inhalte. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie uns abonniert und über ein Like freuen wir uns sowieso so richtig. Pfiat euch, macht es es gut und ich trinke jetzt meinen guten Saft vom Toast.